Wer ist er denn bitte? Kann ich dich ranziehen? Nein, kann ich dich entwaffnen? Ja, aber er holt sich einfach eine neue Waffe. Weg hier! Und ich geh ran, zühne dich an und hau ab. Hilfe! Schöne Dark Souls-Rolle und einmal Feuer. Oh, jetzt zwei von denen. Den einen kriegen wir vielleicht so weg. Ja, und du bekommst mal so einen Kohlkopf. Wir sind einfach zu stark für das Spiel. Und das könnte unser Sieg sein. Wutscheln und Wehden nicht vergessen.